Ja, servus! So, ich bin zurück mit einem ganz kurzen Update-Video zu unserer beliebten Rubrik Salves-Ecke, wo ich ja in der letzten Folge einen Beschwerdebrief verfasst habe, in der letzten Folge, also in der ersten Folge von der Rubrik. Und das Erwartete ist tatsächlich eingetreten. Es ist zwar jetzt zwei Wochen her, dass ich den Beschwerdebrief geschrieben habe, aber die Firma Cosmos hat sich tatsächlich dann hier darauf gemeldet. Also ist eigentlich nach so einem schönen Beschwerdebrief auch zu erwarten. Und das Ergebnis ist auch, wie erwartet, nämlich entsprechend positiv. Was schreibt denn der nette Herr hier vom Ersatzteilservice? Sehr geehrter Herr, bitte entschuldigen Sie die verspätete Bearbeitung. Ja, ich habe auch früher mal so ein, oder vor einer Woche schon, irgendwie so eine Eingangsbestätigung bekommen und da haben sie auch gesagt, ja, sie haben viel zu tun wegen Weihnachten und keine Ahnung. Und ja, dann ist das halt so, dann hat es halt ein bisschen gedauert. Aber vielleicht muss er die Triops-Eier auch erst neu züchten oder neue Triops-Eier produzieren lassen. Keine Ahnung. Und ja, es tut uns natürlich sehr leid, dass sie mit ihrer Triops-Zucht keinen Erfolg gehabt haben. Also mir als Schriftsteller fällt natürlich auf, dass hier keine Leerzeichen reinkommen und dass das hier Rechtschreibung von vor 20 Jahren ist. Aber es geht ja hier nicht um die Rechtschreibung und um die äußere Form, es geht ja hier um die Triops-Eier. Und was mir dann wieder sehr gut gefällt, er schreibt hier, wir können ihre Enttäuschung gut verstehen. Also ich finde es gut, dass da nicht irgendwelche Sachbearbeiter einfach sitzen, sondern einfach wirklich Psychologen, die auch die Leute reinschauen können und die wirklich verstehen, was das für ein Desaster bei den Kunden anrichten kann, wenn einfach die Triops-Eier nicht funktionieren. Also die haben auf jeden Fall geschultes Personal da, die Firma Cosmos, das finde ich gut von denen. Also echt top. Dann sagen sie, gerne lassen wir ihnen für einen neuen Zuchtversuch nochmals zwei Döschen Triops-Eier und Tipps kostenlos zukommen. Ja, also nicht nur Triops-Eier, sogar nicht nur eine Dose, sondern zwei. Und noch Tipps. Ich habe die Tipps eigentlich schon, aber vielleicht haben sie ja noch speziellere Tipps für solche Problemfälle wie mich als Kunden. Vielleicht denken sie, wir sind so doof, oder vielleicht sind es jetzt wirklich die neuesten Forschungsergebnisse in Sachen Triops-Eiern. Oder Triops-Zucht. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut von denen. Also gleich zwei Döschen und Tipps. Und kostenlos. Das ist natürlich super. Ja. Zahlenumbriche hier ein bisschen fragwürdig, aber wen stört es denn schon bei diesem super Ergebnis? Ja. Und dann hier, das ist glaube ich der erste Tipp vom Meister. Bitte geben Sie beim nächsten Zuchtversuch den ganzen Leerzeile-Inhalt eines Eierdöschens ins Wasser. Also vielleicht sind dann die Erfolgsaussichten höher. Also wenn man da alles reinkippt. Wir haben uns an die Anleitung gehalten und glaube ich nur so sechs oder sieben da reingekippt von den Eiern. Zur selten Zeit. Aber offenbar meint jetzt hier der wissenschaftliche Mitarbeiter vom Dr. Kosmos, dass man hier alles reinschütten soll. Ja. Das war es eigentlich schon. Die Eier sollten dann denke ich mal morgen, übermorgen oder so bei mir ankommen. Und dann werden wir den nächsten Zuchtversuch starten. Und ich melde mich dann irgendwann nochmal und werde einfach mal mitteilen, ob es jetzt hier nochmal einen Beschwerdebrief gibt oder ob es hier vielleicht Serviceecke Teil 3 oder ist das dann 2 oder 3? Ist das jetzt auch Serviceecke? Nö, das gehört noch so Serviceecke 1. Also dann entscheidet sich, ob es nochmal Beschwerdebrief Serviceecke Teil 2 gibt oder Dankesbrief Serviceecke Teil 2. Also das wird auf jeden Fall fortgeführt für die Reihe nach dem riesigen Erfolg. Ich sage danke fürs Zuschauen. Drückt mal die Daumen, dass das jetzt hier was wird. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.